Ich habe mir mal wieder eine der Mods angeschaut, welche im Community Crunch vorgestellt wurden. Was sie wirklich kann, seht ihr hier. Die Mod heißt Big Tens und wie der Name schon verrät, geht es um große Zelte. Viel zu sagen gibt es auch nicht wirklich. Ihr könnt nun Mittloche und große Zelte platzieren. Im Video habe ich mal noch das kleine Zelt platziert, damit ihr ungefähr einen Vergleich habt. Optisch habe ich nichts gravierendes gefunden, was jetzt irgendwie schlimm wäre. Funktionell gibt es nichts zu erzählen, außer Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Mehr können die Zelte einfach nicht. Also sie sind einfach nur ein Deko-Element. Das mittlere Zelt kann ganz gut bebaut werden, also da passt überall was rein. Aber ja, besonders viel ist es halt auch nicht. Beim großen Zelt scheint es wohl Probleme zu geben, etwas in der Mitte zu platzieren. Sehr schade, wie ich finde, denn es soll ja ein großes Zelt sein. Aber mehr als Dinos kann man jetzt auch nicht wirklich reinwerfen. Also, hm, ja, weiß ich jetzt nicht. Mich hat es nicht abgeholt, aber die Besucher waren ganz wild darauf. Wie ihr seht, bekommt es Schaden und hält recht viel aus. Hat aber irgendwie keine Lebensanzeige. Das war es eigentlich dann auch und es gibt echt nichts weiter dazu zu sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich verabschiede mich, euer Finch. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.